Martin? Ja? Du bist mir eindeutig zu kreativ. Das hast du jetzt nicht gesagt. Das hast du jetzt nicht gesagt. Nach so vielen Jahren. Doch, ich glaube, was dir fehlt und was ich mal jetzt zu dir empfehlen würde, ist, komm mal wieder auf den Boden runter, so ein bisschen. Und wie soll ich das machen? Hast du da irgendein Mittel? Ja, ich habe da ein gutes Mittel. Ich würde dich jetzt einfach mal für vier Wochen in ein Büro stecken und dann sehen wir mal weiter. Oh, nee. Oh, doch. Ich bin gefangen. Ich bin gefangen in einem Büro. Ich möchte das nicht. Lassen Sie es. Okay, wir sind tatsächlich in einem Büro. Das ist aber vielleicht, also ich hoffe, es ist gar nicht so schlimm. Aber es gibt schlimme Büros. Die Leute, die uns hier zugeschaltet haben für YouTube-Hallöchen, die sehen das auch. Können das selber beurteilen. Ja. Ihre Hörer müssen es jetzt mal glauben. Ja. Ich weiß ja nicht, wie sieht es bei euch aus? Bei euch im Büro, wenn ihr einen Bürojob habt, ich meine, sicherlich wird es bestimmt welche von euch geben, die noch so echt rausgehen und echt arbeiten. Aber gibt es bei euch Leute, unter euch auch Leute, die wie wir den größten Teil ihrer Zeit irgendwie im Büro zubringen? Wie sieht es da aus? Ist das ein kreativer Space für euch? Habt ihr den vielleicht sogar ein bisschen selbst eingerichtet? Ist es ein Großraumbüro? Habt ihr ein eigenes Büro? Schreibt es uns doch mal. Weil wir sind nämlich euer Büro-Podcast. Genau. Mit diesem Aufruf herzlich willkommen. Ihr seht, ihr werdet sofort aktiviert für diesen Podcast. Ihr könnt uns ja auch immer ganz kurz vorstellen, damit ihr auch wisst, wem ihr hier auch schreibt oder zuruft oder irgendwas anderes schickt. Ich bin einmal der Martin. Ich bin der Lukas. Und wir sind das Filmmagazin. Wir treffen uns einmal in der Woche, um über Film, Fernsehen und alles drumherum zu sprechen, zu analysieren, die feinen Risse in der schönen Fassade von Hollywood hervorzukratzen oder genau diese Risse zu entfernen, damit es dann auch so schön bleibt. Und wie es nicht unschwer zu erkennen war, geht es heute um das Büro. Das irgendwie auch. Das ist das Oberthema tatsächlich. Faxt uns doch bitte, wenn ihr dazu was zu sagen habt. Das ist jetzt mittlerweile auch so ein wiederkehrendes Element, dass es so ein Oberthema gibt und jeder sucht sich so zwei, drei Filme raus, um darüber zu sprechen. Da müssten wir eigentlich noch einen eigenen Namen dafür haben, damit wir auch sagen können, heute ist mal wieder so eine Folge. Heute ist mal wieder Thementag. Thementag? Filmmagazin Thementag. Der Filmmagazin Thementag. Jeder hat eine Präsentation mitgebracht. Kurz fünf Minuten Kick-Off. Und es geht los, jetzt. Nein, Pecha Kutscha-Präsentation. Das kenn ich, Pecha Kutscha? Kennst du, doch, das kennst du bestimmt auch. Das ist, wo du für deine Präsentation für jedes Slide nur irgendwie 20 Sekunden hast und dann hast du zehn Slides zu einer Frage. Aber der Name war mir nicht bekannt. Doch, ich glaube, so heißt das. Und ist tatsächlich, also, cool, also, ich sag mal so, ich hab da schon ein paar Tagungen gehabt, wo das tatsächlich auch angewandt wurde. Und für die Leute im Publikum ist es auch wirklich besser, weil du kannst dich darauf verlassen, dass da jetzt keiner kommt und irgendwie seine 30 Minuten PowerPoint-Präsentation startet, sondern kurz und bündig. Als jemand, der präsentiert, ist es natürlich auch ein ordentliches, also ist es natürlich ganz schön, muss man sich ganz schön anstrengen, weil 20 Sekunden pro Slide, zehn Slides mit zehn Fragen zu einem Projekt zu beantworten. Da ist man ja gezwungen, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Das will ich nicht. Und damit, wir sind auch ein Unternehmens-Podcast. Tipps gibt, wie ihr am besten eure Ideen... Entreprenör. Entreprenörs-Podcast, wie ihr eure Ideen pitcht. Aber gut, ihr könnt auch natürlich auch selber Ideen, schreiben wir das tatsächlich, die Büro-Idee war auch, glaube ich, von Ilja. Ja. Das ist eine Idee, auch ein Gast dieses Podcasts, der auch des Öfteren, auch ehemaliges Mitglied auch des Podcasts ist. Aber jetzt Hörer. Jetzt Hörer und Gast. Ein Hörer-Vorschlag. Ja, genau. Jetzt ab jetzt ist es kein Hörer-Vorschlag. Ein Hörer hat uns eine Idee geschrieben. Wir sollen doch mal über Büros im Film sprechen. Wenn ihr auch etwas habt, wenn ihr auch als Hörer oder Hörerin uns einen Themenvorschlag schicken wollt, dann tut das doch unter filmmagazin.audio in den Kommentaren oder Mail at filmmagazin.audio oder ihr schreibt uns zum Beispiel bei Instagram wie ein nicht näher benannter Hörer, den wir nicht persönlich kennen, der uns dieses schöne Thema zur Verfügung gestellt hat. Büros im Film. Und damit steigen wir jetzt auch einfach ein. Genug des Vorgeplänkels. Oder Büros im Film. Büro, Büro. Man kann ja erstmal allgemein sagen, Büros kommen viel im Film vor. Das überrascht auch, glaube ich, nicht, weil Büros gerade natürlich, ich glaube, da kann man wirklich sagen, sowohl in der westlich-östlichen, nördlichen und südlichen Welt Büros sehr das Leben von Menschen, von vielen Menschen prägen. Wir sind eigentlich im Bürozeitalter. Könnte man fast so nennen. Man ist Anthropozän. Es ist ja, glaube ich, so, dass einfach die Gegenwart, so wird das fancy genannt, die Gegenwart. Man könnte vielleicht, findet man auch ein cooles lateinisches Wort für Bürozeitalter. Würde ich, das wäre als Vorschlag. Ich weiß ja nicht, gibt es ein lateinisches Wort für Büro. Gab es in Rom schon Büros? Eigentlich schon. Also, man ist natürlich auch, das ist ein sehr weiter Begriff auf Büro. Ist ja eigentlich da, wo jeder arbeitet, mehr oder weniger. Also da, wo der Schmied gehaust ist. Okay, klar. Ophikium. Wir leben im Ophikium Tizia. Ja. Also muss nur noch Zeitalter was noch. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Deswegen ist es natürlich überrascht, ist nicht, dass sich viele Filme mit Büro irgendwie beschäftigen oder zumindest als Handlungsort irgendwie verwursten und verwerten, weil sich natürlich auch viele Drehbuchautorinnen natürlich damit auseinandersetzen, weil sie es einfach auch in ihrer eigenen Lebensrealität wiederfinden und natürlich dort auch viele Konflikte dort auch stattfinden können. Das kennt wahrscheinlich jeder, der im Büro mal war, mit Menschen gearbeitet hat. Zusammenarbeiten musste oder gegen sie arbeiten musste. Durfte. 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 Sehr gut, das ist besser. Und deswegen, da steckt natürlich dramaturgisches Gold drin. Deswegen, das muss auf jeden Fall Filme. Deswegen, Lukas, stellen wir mir mal deinen ersten Film vor, der dich irgendwie, der sagt, das wäre an sich auch gut. Wir machen meistens natürlich gute Beispiele, wo wir sagen, Filme, denen wir eigentlich positiv gegenüberstehen. Man kann es eigentlich auch negativ natürlich machen, die das irgendwie auch schlecht darstellen. Man könnte was Schlechtes nehmen. Aber ich habe jetzt auch tatsächlich nur positive Beispiele. Also, was mir natürlich wieder als erstes eingefallen ist und bei unserem Format hier, unserem Thementag, wo wir uns immer ein Thema aussuchen und mehrere, jeder bringt so seine Lieblingssachen mit. Da habe ich schon, also fast, man müsste mal durchzählen. Das ist jetzt bestimmt das nächste, siebte Mal, dass wir das machen. Und ich habe bestimmt bei mindestens sechs von sieben hatte ich Matrix als Beispiel dabei, weil es da einfach auch ganz viel drin gibt. Und man kann auch zum Thema Büro Matrix nehmen. Ich glaube, das liegt auch daran einfach, dass Matrix so ein Film ist, der mich so sehr geprägt hat in der Kindheit. und da kommt ja auch ein Büro vor. So ein typisches, also so ein klassisches amerikanisches Büro der 90er Jahre mit Röhrenmonitoren, mit diesen, die man auch aus amerikanischen Filmen kennt, diese Trennwände, diese Grauen, wo Leute in einem riesigen Großraum, das Großraumbüro halt, in einem riesigen Großraum sitzen. Aber ich habe mir gedacht, ich will jetzt nicht Matrix nehmen, weil am Ende ist dort das Büro auch nur, und das ist auch oft so in Filmen nur Sinnbild für so eine gleichförmige Tätigkeit. Was früher vielleicht das Fließband war, ist heute das Großraumbüro mit grauen Akustik-Trennwänden. Zumindest die neue Idee, die zumindest Matrix reingebracht hat, ist ja zumindest dadurch, dass man später erfährt, dass man in einer Simulation lebt und die Menschen nur Batterien sind für die Maschinen, simulisiert ja auch irgendwie schon das Büro, auch schon diesen Zustand. Aber ja, es geht auch in diese Gleichförmigkeit quasi rein. Ich habe aber einen anderen Filmklassiker mitgebracht, der auch schon öfter Thema hier war, aber den wir glaube ich in diesem Format noch nicht hatten und das ist Fight Club. Musste ich jetzt tatsächlich, wo du auch dann Matrix erwähnt hast, auch sofort, weil das Bild dann ist für mich, weil es ja auch in den 90er Jahren oder so als 90er Jahren erschienen ist, dann auch direkt denken. Weil das bedeutet, nee, ist es mal Fight Club aus den 90ern? Ja, 99. Auch 99, okay, gleiches Jahr. War ein gutes Film, ja. War ein sehr gutes Film, ja. Und auch da, auch in Fight Club steht das Büro im Prinzip für nicht viel Gutes, sondern eigentlich für Allentönigkeit, für all das, was Tyler Durden, unsere Hauptfigur im Prinzip und als Spoiler-Hinweis vielleicht nochmal, aber ganz ehrlich, 1999, den Film kann man jetzt mal spoilern, also all das, was Tyler Durden beziehungsweise, der ja unser Protagonist ist, aber von zwei Personen gespielt wird, hasst, kann man sagen. Diese Gleichförmigkeit, dieses Folgen, dieses Überkonsum, du bist eigentlich nur da, um dann weiter zu konsumieren, also du verdienst auch dort nur dein Geld, um dann zu konsumieren und ist aber gleichzeitig natürlich dann auch ein wichtiger Handlungsort, denn dieses Büro wird in Fight Club dann auch erstmal ein Ort der Selbstermächtigung, wenn nämlich unser Protagonist seinen Chef verprügelt beziehungsweise anders, er verprügelt nicht seinen Chef, sondern er verprügelt sich selbst und sagt dann, mein Chef hat mich verprügelt und er mächtigt sich damit im Prinzip selbst und also ich sag mal an diesem Büro, in diesem sehr reglementierten Umfeld fällt natürlich zuerst die Veränderung auf, die unser Protagonist durchmacht, er kommt immer häufiger mit, mit Narben, mit Blessuren zur Arbeit, er ist immer häufiger unausgeschlafen, gereizt, reagiert gereizt auch vor allem auf seinen Chef und deswegen wird er zum Gespräch gebeten und zieht dann eine Show ab, verprügelt sich sozusagen selbst und tut dann so, wenn der Sicherheitsdienst kommt, tut dann so, als er seine Chefin verprügelt und bekommt dann, glaube ich, eine ziemlich gute Abfindung oder erpresst ihn dann damit sozusagen. Also es ist auch ein Ort der Selbstermächtigung und es ist auch ein Ort, an dem wir, wenn man ganz genau hinschaut, ganz, ganz genau hinschaut, schon den großen Plottwist, wer Fight Club nicht gesehen hat, hört halt kurz weg oder wer dann nicht mehr schauen will oder wem Spoiler egal sind, hört halt zu. Der große Plottwist, dass unser Erzähler eigentlich Tyler Durden ist und den Tyler Durden, den man am Anfang sieht, der ist ja eigentlich nur eingebildet, also Brad Pitt und in diesem Büro gibt es auch eine kurze Szene, wo er quasi für ein Frame pro Sekunde, also ein Bild in der Sekunde reingeschnitten wird, ganz kurz bei einem Kopierer und auftaucht und wenn man das weiß und wenn man da hinguckt, dann hat man schon, sieht man das, aber normalerweise nicht und darum geht es ja im Film, da wird ja auch erklärt, ganz kurz. Man kann ja auch den ganzen Akt, dass er sich selber selber zurichtet und selber schlägt, ist ja irgendwie auch schon ein Hinweis darauf, dass er gegen sich selber kämpft und dann noch ein zweites Ich irgendwie in ihm drin ist, das zum einen und ist irgendwie auch mal symbolisch noch mal ganz schön, um dieses Machtverhältnis zwischen Arbeitnehmer, Arbeitgeber zu zeigen und das dann umgekehrt wird und am Ende bleibt auch dem Arbeitnehmer nichts anderes übrig, als sich selber zu verletzen, um halt noch eine Macht auszuüben, weil das ist die einzige Macht, die er noch hat, er kann sich selber noch verletzen, er kann niemand anderes mehr oder irgendwie was verändern, er kann nur noch sein eigenes Fleisch verändern. Ja, also deswegen, das finde ich ist schon eine starke oder da hat man sozusagen dieses eigentlich relativ offensichtliche Symbol des Büros hat man ganz gut hat man ganz gut eingesetzt und es gibt ja einige Filme aus dieser Zeit, die das machen, über Matrix haben wir schon gesprochen, ein bisschen später dann auch noch American Psycho und so, wo dieses, ich sag mal, dieses New Yorker Börsenbüro-Ding, würde ich es einfach mal nennen, als das, als die Zermalmaschine für Arbeitskräfte angesehen wird und um nicht zu viel vorwegzunehmen, auch das gibt es nicht nur in westlichen Filmen, aber da kommen wir vielleicht später drauf, erzähl doch erstmal du, was du mitgebracht hast als Film oder Serie. Ja, also ich habe auch wieder etwas mitgebracht, über das ich schon häufiger gesprochen habe, beziehungsweise über einen Filmemacher, den ich schon häufiger gesprochen habe, aber ich habe glaube ich noch nicht diesen Film genommen von ihm, deswegen kann ich das jetzt nochmal benutzen, es geht wieder einmal um Adam McKay, der 2004 hat er seinen ersten Film rausgebracht, Anchorman, und um den soll es gehen, da geht es erstmal ganz kurz gefasst um den Nachrichtenmoderator Ron Burgundy, gespielt von Will Ferrell, der in den 1970er Jahren um jeden Preis Ruhm und Aufmerksamkeit haben will, halt als Nachrichtenmoderator eines San Diego Fernsehsenders, Spartensender, aber er schon recht erfolgreich ist und der Film persifliert halt die Medien und insbesondere die Fernsehbranche und wie gesagt, es war der erste Film von Adam McKay, der hat vorher für Saturday Night Live viel geschrieben und gemacht und das war gerade in dieser Phase, also Adam McKay hat so insgesamt fünf Filme gemacht, die alle auch in Kooperation mit Will Ferrell entstanden sind, der hat auch meistens, die haben auch zusammen immer das Drehbuch entwickelt und auch, wenn man sich so Making-offs anschaut, auch immer, wenn sie so Szenen hatten, da haben die fünf, vier, sechs, sieben verschiedene Versionen mit verschiedenen Gags quasi aufgenommen, um dann zu testen, was ist der Beste und da ging auch immer sehr viel von Will Ferrell aus, das war auf jeden Fall auch eine sehr ergiebige Kooperation und ich hab dir mal so diese fünf Filme als Dumpfbackensatire zusammengefasst und ich meine das damit nicht, dass die Filme selber dumm wären, ich hatte es ja schon ein paar Mal drüber erzählt, das sind Filme, die Dumpfbacken in den Vordergrund stellen und eine Scheinrealität aufbauen, die total überhöht ist im Gegensatz zu unserer tatsächlichen Realität und dadurch wird die Satire deutlich, dadurch wird gezeigt, was schief läuft und dadurch wird es auch kritisiert und das machte gerade auch Anchorman brillant, sicherlich einer der bekanntesten Komödien und Erzeuger unzähliger Memes geschaffen und das zeigt sich bei Anchorman zum Beispiel dann, wenn hier dann der Ron Bergen, die traurig ist und weint, dann weint er nicht nur, sondern er ist in der Telefonzelle und schlägt um sich und spielt quasi das wie ein schlechter Schauspieler das spielen würde und der weinen würde, dann gibt es eine Szene, wo er jemanden beeindrucken möchte und dann Flöte spielt und das dann völlig übertrieben dargestellt ist, dass er quasi mit dieser Flöte die ganze Stadt verzaubert, wie so der Rattenfänger von Hameln oder es gibt auch eine andere Szene, wo er auch die gleiche Person beeindrucken möchte, eine junge Kollegin, die gerade bei dem Fernsehsender angefangen hat und da sitzen die so am Parkplatz und blicken so über die Skyline von San Diego und Ron Burgundy erklärt dann der jungen Dame, was denn das Wort San Diego bedeutet, weil das bedeutet auf Deutsch tatsächlich, das wurde von deutschen Einwanderern gegründet, diese Stadt und der Name San Diego bedeutet auf Deutsch die Vagina eines Wals tatsächlich, das glaubt dann die junge Kollegin natürlich nicht, weil das ein bisschen quatschig wirkt und für alle, die Deutsch sprechen, hallo, wissen auch, dass das nicht so ganz hinkommt, und dann muss dann Ron Burgundy die Kleine und erklären, ja, das hat er sich bloß ausgedacht, wer ist gerade ein bisschen aufgeregt, aber bis heute weiß man halt nicht, was dieser Name bedeutet, da sind sich die Gelehrten noch sehr unsicher und dann sagt sie, naja, eigentlich weiß man es, weil San Diego ist quasi der Sanct Diego, also es ist ein religiöser Name und da sagt dann Ron Burgundy, nee, 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 das kann nicht sein. Was wird hier dargestellt? Das Mainsplaining, natürlich, par excellence, der Mann, der sich irgendwie vor allen Dingen durch seinen Erklärer Erklärbedürftigkeit vor allen Dingen oder das Erklären sein in den Vordergrund stellen möchte und der Arm, dumm Frau erklären möchte, wie die Welt funktioniert und Anchorman ist eben nicht nur eine sehr, sehr gute Medien und Fernsehsatire, sondern eben auch eine gute Bürosatire, wie insbesondere Männer im Büro funktionieren. Das macht der Film wirklich mit, wenn man den Humor mag, dann wirklich par excellence und wirklich geht es sehr stark um Sexismus am Arbeitsplatz, und da muss man sagen, da ist der Film auch sehr weit voraus gewesen für 2004, also der hätte auch so, wenn man die Satire so und mit der etwas anfangen kann, dann hätte der auch gut und gerne heute erscheinen können, der wäre genauso aktuell gewesen, vielleicht sogar deutlich aktueller, weil es geht natürlich dann darum, wo dann diese junge Kollegin dort anfängt, dann wird sie überhaupt gar nicht wahrgenommen und überhaupt auch gar nicht ernst genommen, weil was will eine Frau im Fernsehen? Sie ist dann auch, relativ schnell steigt sie auf und wird auch Nachrichtensprecherin, was eigentlich gar nicht geht, weil natürlich nur Männer Nachrichten sprechen können, das wird noch besonders dadurch symbolisiert, dass die Kollegen von Ron Burgundy, also die dann zum Beispiel sich um das Wetter kümmern oder als Reporter unterwegs sind, die sind die absoluten, nochmal stärkeren Dumpfbacken als Ron Burgundy selbst, also die werden dann, besonders der Steve Carell Charakter, der als Fernsehmoderator dort auftritt, ist quasi eigentlich gar nicht lebensfähig und da zeigt der Film auch sehr gut, wie diese Clique an Männern sich einfach gegenseitig unterstützt und die Aufträge hin und her schiebt und die quasi nur am Leben sind, weil sie sich gegenseitig irgendwie hochhalten und aber eigentlich gar nichts können und allen anderen auch gar keine Chance geben, dort zu sein und da zeigt es auch sehr gut, wie dieses Klickensein funktioniert, deswegen finde ich das auch einen sehr, sehr starken Film, der halt dadurch gerade zeigt, wie so eine Machtdynamiken funktionieren und das ist ja dann auch so, dass Ron natürlich als erstes hat, die Frau natürlich ins Bett zu bekommen, weil das geht noch auf jeden Fall, sie ist nicht als Nachrichtensprecherin geeignet, aber dafür geht es auf jeden Fall und deswegen finde ich das einen sehr, sehr schönen Film, der das auf sehr humorvolle Art und Weise Sexismus am Arbeitsplatz darstellt, das kann man natürlich auch kritisieren, ob man das humorvoll wirklich darstellen sollte, aber ich finde es eigentlich natürlich aus meiner privilegierten Position finde ich das sehr herausragend dargestellt, ein Film, der das auch macht, aber dann eben nicht aus der humorvollen Seite macht, den möchte ich nur mal kurz erwähnen, als er natürlich dann mit MeToo im Hintergrund auf eine sehr ernstvolle Art und Weise erzählt, ist The Assistant von 2019 mit Julia Garner in der Hauptrolle, auch ein ganz, ganz starker Film, wo es auch um die Medienbranche geht, Assistant geht es um eine Assistentin, die gerade bei einem großen Filmstudio angefangen hat, in der Assistenz arbeitet, dort halt quasi E-Mail schreibt, kopieren muss und so, was man halt als Assistentin so im ersten Job so machen muss und was der Film ganz, ganz clever macht, ist, dass man, dass die Assistentin nach und nach mitbekommt, dass halt ihr Chef wohl sehr viele junge Frauen immer bei sich einlädt und dort irgendwas zu Gange geht und was der Film ganz herausragend macht, ist dann nie den Chef zu zeigen, man sieht ihn nie mit Gesicht, man sieht nur mal seinen Rücken, man sieht nur mal so seinen Oberkörper, dann verschwindet er schon in sein Büro und auch die tatsächlichen Sachen, die dann im Büro passieren, da hört man immer nur Gerüchte und man, aber selber sieht man es nicht und dadurch wird so eine ganz besondere Stimmung erzeugt und da wird eben auch mit Sexismus, wie Sexismus funktioniert, wie die männliche Machtposition funktioniert, auch ganz, ganz stark dargestellt, deswegen wer das Thema sehr interessiert ist, aber das Ganze aus einer ernstvollen Perspektive sehen möchte, den kann ich dann sehr empfehlen. Ich habe noch eine ganz andere Art von Büro mitgebracht und zwar kennt man das vor allem aus amerikanischen Filmen und wenn ich nur sage ganz großer Schreibtisch, dann sind wir wieder beim Chef, denn man hat manchmal Oder Putin. Oder Putin, ja das stimmt, ist ja der Chef. Ja. Man hat, glaube ich, auch oft genutzt sozusagen, um Macht zu demonstrieren, auch in Filmen, vor allem in amerikanischen Filmen, um da sozusagen den Chef, der Chef, des Chefs, des Chefs und bewusst nicht gegendert zu zeigen, je größer der Schreibtisch, desto mächtiger die Person, weil die muss ja dann nicht mit dem Böbel. Am Ende ist alles ein Fallessimpol. Ja genau, weil am Ende muss auch die Person nicht mit dem Böbel im Großraumbüro sitzen und ich habe mir da ein Büro rausgesucht und zwar das Büro von Mr. Burns aus The Simpsons. Das ist eigentlich, das finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist ein gigantischer holzvertäfelter, dunkler, also es gibt ein großes Fenster, aber der Raum an sich ist einfach dunkel, weil es ist dunkles Holz mit einem riesigen roten Teppich und einem Schreibtisch, der auch von Szene zu Szene variiert. Also es gibt, also wahrscheinlich auch von Staffel zu Staffel oder von Situation zu Situation, mal ist er ein bisschen kleiner und mal ist er wirklich, wirklich, wirklich gigantisch groß, also unsinnig groß, dass dann die Lampe, die da auf dem Tisch steht, die Tischlampe, die dich bläuchten oder irgendwie dann drei Meter weit weg von Burns ist oder so, so eine winzige Lampe. Dann hat er so, wie in so einem, eigentlich wie in so einem Herrenhaus à la Bruce Wayne, hat er Lampen, also so Gaslampen an der Wand und er hat auch so Wappen und so. Und was es auch immer gibt, ist ein ausgestopfter Polarbeer sozusagen, der als Figur dort steht und mit Blick natürlich und das sieht man, egal aus welcher Perspektive im Prinzip das Fenster gezeigt wird, vor dem in dem riesigen roten Ohrensessel sitzt Mr. Burns, hinter ihm das Fenster und da mit Blick natürlich auf die Kühltürme des Atomkraftwerks, weil er ist ja der Chef von dem Atomkraftwerk und er hat halt Geld. Und das ist für mich so das Symbol für ein, für so eine, auch wieder so eine Geschichte, so ein geschichtenerzählender Raum und zwar die gegenteilige Geschichte, er ist der Chef, er hat die Macht, aber er ist halt auch ganz allein am Ende. Das demonstriert ja auch dadurch, dass Mr. Burns selber so als körperliche Figur super schmal ist und super alt und quasi schon wirklich nur krank und wirklich nur aus Knochen stehen und dass dann sein Büro und gerade der Sessel da so gigantisch wirkt und er dadurch noch einsamer. Ja, ja, ja. Und ich habe auch tatsächlich was Kleines Witziges gefunden, das ist auch in den Shownotes verlinkt, es gibt auf Reddit tatsächlich ein Mr. Burns Office Polar Bear Appreciation Post. Kann man das wirklich appreciaten? Ja, das sind Leute, die appreciaten halt den Polarbeeren in Mr. Burns Büro und die schreiben dann immer drunter, ich appreciate den. Ist auf jeden Fall auch ein krasses Statement, wenn du sowas Ding hinstellst, wie du das auch bekommen hast. Deswegen ist es auch schon so, ohne dass man es groß erwähnen muss, auch schon ein optisches Statement, dass du damit sitzen kannst. Genau, das ist Mr. Burns Büro. Was hast du noch? Ich habe auch noch eine Serie, eine sehr aktuelle Serie, wahrscheinlich die beste Serie, die Apple Plus hervorgebracht hat. Werde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen, aber ich glaube, ist es nicht so, nee, ist auch nicht, glaube ich, nicht so ein Hot Take, weil es gibt natürlich Ted Lasso, ja, ist glaube ich, ist tatsächlich auch so der Erfolgreichste von Zuschauerzahlen, was echt krass ist. Noch vor, glaube ich, die Science-Fiction-Serie, die Foundation, auch sicherlich, habe ich noch nicht angeguckt, aber was ich so gehört habe, und was du mir schon erzählt hast. Ich habe es nach drei Folgen losgelassen, aber es sieht toll aus. So, aber jetzt möchten wir, aber ich habe ja für dich jetzt wirklich die beste Serie, die nicht nur grandios aussieht, sondern auch inhaltlich noch besser ist, ist nämlich Severance. Morning Show. Verdammt. Severance oder Severance, wir sind ein bisschen unsicher, wie man es genau ausspricht. Also Severance oder Severance ist dann die Trennung, auf Englisch. Und da geht es um, in Severance geht es um eine Gesellschaft, in der das Arbeits-Ich vom Lebens-Ich getrennt ist. Das klingt sehr nach Freud. Oder Karl Marx. Es ist nämlich die perfekte Entfremdung von der Arbeit. Denn wenn ich morgens früh ins Büro gehe, dann wird ein Chip aktiviert und ich zittere kurz und dann wache ich auf und es ist 17.30 Uhr. Und ich gehe wieder zu meinem Leben zurück. Und während ich dann quasi ausgeschaltet bin, dann ist Schluss 9 und 17.30 Uhr, kommt dann mein Inni, so wird das im Film genannt, der Inni. Der ist dann das Arbeits-Ich, der wacht quasi nur noch zur Arbeit auf, muss arbeiten. Und wenn er dann 17.30 Uhr in den Aufzug wieder geht, dann wacht er erst wieder auf, wenn es wieder 9 Uhr ist und er wieder zur Arbeit geht. Und die Innis und die Outis sind getrennt. Die Innis wissen auch nicht, was draußen überhaupt abgeht, warum sich sein anderes Ich dafür entschieden hat, sich zu trennen und was überhaupt die Gesellschaft außerhalb aussieht. weil nämlich auch das Büro, in dem diese Charaktere arbeiten, wirklich grandios gestaltet ist, um halt diesen Punkt darzustellen, um diese Dystopie nochmal zu betonen. Es ist auch eine riesige, fensterlose, weiße Hölle. Es sind diese Büros, die wahnsinnig lange Gänge haben, wo man sich diese labyrinthartig aufgebaut sind, wo man sich auch ohne Karte, man braucht auch eine Karte, um sich dort zurechtzufinden. Das ist nämlich am Ende im Gefängnis natürlich, wo dann diese Innis einfach nur noch arbeiten sollen und auch nicht entkommen sollen. Man kann auch nicht entkommen, weil sobald sie quasi das Opfer lassen würden, dann würde auch ihr Outie aktiviert werden und dann sind auch einfach zwei Persönlichkeiten, die dort in einem Körper leben. Das ist natürlich eine wahnsinnig spannende Idee, mit der man so viel machen kann und damit macht die Serie auch so viel Tolles. Deswegen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt und ihr habt irgendwie Apple Plus, dann schaut euch das auf jeden Fall an. Unter anderem von Ben Stiller, geschrieben und inszeniert, der da mit dran beteiligt ist. Und das ist wirklich, auch allein das Design halt von den Büros, wie gesagt, das eine ist diese weiße Hölle auf jeden Fall, das ist super prägnant, sobald sie dieses Büro betreten, diese fensterlose Hölle wirklich. Und wenn sie dann halt ihre Arbeitsplätze betreten, betreten die auch diese riesige weiße Räume, wo sich in der Mitte vier Schreibtische befinden, vier normale, normal große Schreibtische, wo dann vier Leute drin arbeiten. Und die sind dann auch in einem Kreuz aufgebaut, aber zwischen jedem Schreibtisch sind nochmal Trennwände auch aufgebaut, dass du halt das Gegenüber oder links und rechts nicht sehen kannst, was die machen. Du musst jedes Mal, um deine Kollegen zu sehen, musst du jedes Mal entweder diese Trennwand runter machen oder halt dich so nach hinten lehnen und irgendwie um die Ecke gucken. Und das ist besonders abstrus, weil dieser Raum riesengroß ist und in der Mitte sind dann diese, diese kleine Bürobereiche nochmal aufgebaut, diese vier Schreibtische. Um das nochmal zu verdeutlichen, wie einsam diese Charaktere sind, obwohl sie es gar nicht müssten und wie unglaublich menschenfeindlich diese Architektur ist. Warum sind diese Trennwände dort? Warum werden die überhaupt benutzt? Was machen, da ist noch die weitere Betonung, was machen die dort überhaupt? Die arbeiten nämlich, das weiß man auch nicht genau, was das bedeutet, weil die arbeiten an so einem Röhrenmonitor, also das spielt eigentlich in der Zukunft, aber die arbeiten dort an einem Röhrenmonitor und müssen irgendwelche Zahlenkombinationen kombinieren, also eine 15 mit einer 27. Und das, warum, weiß man nicht. Man muss das irgendwann auch spüren, dass diese Zahlen zusammenpassen. Aber für was macht man das eigentlich? Arbeitet man für einen Algorithmus, der irgendwas herausfinden muss, macht man irgendwie irgendwas anderes? Keine Ahnung. Niemand weiß das, also zumindest die Angestellten wissen nicht, was die dort machen. Das ist auch super spannend und auch um zu betonen natürlich, was diese Entfremdung ist, wenn man nichts mehr mit seiner Arbeit zu tun hat, gar nicht mehr weiß, für was man arbeitet und was am Ende das Ergebnis seiner Arbeit ist. Und auch dieses Unternehmen, die diese Servience-Techniken durchführen, die wurden auch von einem Gründer, das ist entstanden, der heißt Kier Igen, und dieser Kier Igen, der hat quasi auch eine Unternehmensphilosophie aufgebaut und quasi auch eine Bibel hervorgebracht, wie man zu arbeiten hat. Und da gibt es auch Charaktere in dieser Serie, die halt das wirklich, ihn als wirklich als mystische, gottesähnliche Figur verehren und ihn auch rezitieren. Keegan, wie Keegan eins sagte, so handeln wir, so muss ein perfekter Büromensch arbeiten und handeln und denken. Und das ist auch nochmal sehr schön, wie dann halt das Arbeits-Ich irgendwie verschmelzt mit dem Leben und wie halt die Arbeit selbst zu einer Religion wird. Das ist ja wirklich in dieser Serie super stark betont. Deswegen, das ist irgendwie die Arbeitsserie, finde ich, für die Moderne, für das 21. Jahrhundert, die das wirklich auch vom Design her, das Anfekt, aber auch von der Story her super viele spannende Fragen stellt. Unsere Beziehungen zu Arbeit leben, wie wichtig uns Arbeit eigentlich geworden ist. Deswegen da, wer irgendwie was mit Mystery-Serien anfangen kann, schaut das auf jeden Fall an. Würdest du auch sagen, oder würdest du so weit gehen auch zu sagen, dass es so ein bisschen auch so ein Kommentar auf die Globalisierung sein kann, dass wir unsere Arbeit im Prinzip jetzt über Jahre ausgelagert haben. Und super kleinteilig geworden sind. Ja, und dann also sowas wie diese kleinteilige Produktion und was weiß ich, dass das einfach irgendwelche anderen Leute machen, zu denen wir keinen Bezug haben und wir haben dann halt den Wohlstand einfach nur. Genau, auf jeden Fall. Das ist halt auch super, diese kleinteilige Gesellschaft, die halt irgendwie, wo jeder nur so einen ganz kleinen Prozentsatzanteil an dem Endgültigen Endprodukt wirklich hat und man auch super austauschbar natürlich geworden ist, weil diese Arbeit kann am Ende jeder machen. Und es gibt dann auch natürlich so ganz weirde und künstliche Belohnungen, wo es dann irgendwie, wenn man 50 Tage in Folge irgendwie das und das geschafft hat, eine bestimmte irgendeine Randomquote, die sich irgendjemand überlegt hat, erfüllt hat, dann gibt es auch einen Pfannkuchen oder so mal. Dann gibt es einen Pfannkuchentag für dich, also für 20 Minuten kurz, da darfst du kurz Pause haben. Und da finde ich auf jeden Fall super, wie die Serie das auch erforscht, wie auch die Hierarchie untereinander funktioniert, dass dann auch die, die auf dieser mittleren Ebene arbeiten, die quasi ein bisschen Managementpositionen haben, schon mehr wissen, wie die Leute hier misshandelt und ausgebeutet werden am Ende des Tages, davon wissen aber selber gar nichts daran ändern können und die selber halt immer nur so einen kleinen Anteil haben, was geht hier eigentlich vor sich, weil das bleibt, es ist eine Staffel verfügbar, es sind auch sehr viele Fragen offen, was hier wirklich abgeht, ich finde es aber auch fast schon gut, also wenn die Serie auch so aufhören würde, jetzt mit einer Staffel, wäre eigentlich auch okay, ist quasi mit einem dicken Cliffhanger geendet, aber am Ende reicht das auch schon, was man da bekommen hat, deswegen finde ich auf jeden Fall eine super aktuelle Serie, die das ganz, ganz, ganz großartig darstellt. Wir wollten heute ein bisschen kürzer machen. Sorry. Nee, deswegen, hast du noch eine große Sache? Eine große tatsächlich nicht, ich hätte sonst nur Honorable Mentions gehabt. Okay, ich habe auch noch ein paar Honorable Mentions, aber ich will auch noch, ich habe, also, ich weiß nicht, man könnte da auch lange drüber sprechen, ich habe schon oft erwähnt, ich finde die Serie The Good Wife ist im Prinzip zwei Jahre, oder vier Jahre vor House of Cards schon alles House of Cards abgeräumt, finde ich. War eigentlich unnötig, die Serie dann. War eigentlich unnötig. Also, wer braucht schon House of Cards, also, wenn ich The Good Wife habe. Ganz kurz, The Good Wife ist eine Anwaltsserie aus dem Jahr 2009, glaube ich, oder geht im Jahr 2009 los, hat, glaube ich, sieben Staffeln mit Juliana Margulis in der Hauptrolle als Alicia Floric, Anwältin ihres Zeichens und der Startpunkt der Serie ist, am Anfang der Serie ist sie die Frau von ihrem Mann. Peter Floric, der ein erfolgreicher Politiker ist, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ist er da schon, nee, er ist Staatsanwalt und sie hat sich sozusagen in das Housewife-Leben eingelebt. Sie ist eigentlich auch Anwältin. Und dann geht aber sozusagen, geht's los, er verliert seinen Posten, weil er der Veruntreuung angezeigt wird, sagt, das stimmt überhaupt nicht und so weiter, wird aber, kann nicht weiterarbeiten, der Familie bricht der finanzielle Rahmen weg und Alicia lässt sich in einer Anwaltskanzlei anstellen und fängt an zu arbeiten. Da hat man dann ganz viel und es geht dann über die Serie weiter, ja, sieben Staffeln sind's, geht über die Serie dann weiter, immer wieder so politische Verstrickungen ihres Mannes, der, wie wir lernen, nicht der beste Dude ist, den's auf der Welt gibt. und trotzdem auch durch Netzwerk und so weiter und Männerrunden und so, dann später irgendwann auch freikommt und tatsächlich irgendwann sogar, glaube ich, Gouverneur von Illinois wird oder so, oder stellvertretender Gouverneur von Illinois und so weiter und so fort. Also, es geht, es ist so klassisch aufgebaut immer noch, also so 22 oder 24 Folgen pro Staffel, sieben Staffeln und es ist eine der besten Anwaltsserien, die es gibt, weil die Gerichtsgeschichten sind da total geil, es ist sehr politisch, es ist aber auch ein bisschen Krimi-mäßig unterwegs, es ist eine tolle, tolle Serie, aber die Büros spielen auch eine wichtige Rolle, denn je nachdem, in welchem Status wir uns befinden, muss Alicia natürlich in bestimmten unterschiedlichen Arbeitsumfelden arbeiten, also sie lässt sich bei einem ihrer, bei einem alten Freund, der aber nicht nur ein Freund ist, anstellen, in dessen Kanzlei, Floric, nicht Floric, so heißt sie noch nicht, sie heißt, boah, wie hieß denn dieser, drei Namen immer, Partner, Partner und Partner, sozusagen, Gardner, Lockhart und der, der dann irgendwann auch stirbt, dann irgendwann, da ist sie dann eine von ganz vielen Abarbeiten, AnwältInnen und dann sehen wir, je nachdem, welchen Stand sozusagen sie hat, immer die Büros, irgendwann wird sie selbst zur Partnerin der Kanzlei, dann wird es halt Gardner, Lockhart, Floric, was weiß ich, dann hat sie plötzlich ein eigenes Büro, ist natürlich auch Namenspartnerin, dann gibt es aber auch, dann splitten die sich dann irgendwann auch mal ab, sie mit einem Kollegen, dann sind Floric und Argos und da haben sie dann so ein altes, Altbauloft irgendwo als Büro, also je nach Stand, wo sie sich gerade befinden, sieht das Büro auch aus, dann kommt irgendwann eine Anwältin, die ganz viele Pro Bono-Fälle, also Fälle für Menschen, die sich eigentlich keine Anwältin, keinen Anwalt leisten können, macht, die hat natürlich dann auch wieder ein ganz anderes Büro, das wollte ich nur kurz erwähnen, weil man da dann immer anhand, weil also natürlich ist es so, dass Figuren auch immer mit ihrem Umfeld gestaltet werden bei guten Serien und man anhand des Umfeldes und des Set-Designs natürlich auch sieht, was es für eine Person ist, aber bei diesem Büro, in diesem Arbeitskontext, gerade in diesem Anwaltskontext, sieht man auch, was allein schon da für unterschiedliche Möglichkeiten das gibt, Also das wäre für mich auf jeden Fall nochmal so eine Mention und auf jeden Fall eine Serienempfehlung, die halt auch schon, ich glaube, die gibt es ja auch auf Netflix und Prime, weil da hat keiner mehr ein großes Interesse dran, damit Geld zu verdienen, lohnt sich, aber kann man gut durchschauen auf jeden Fall. Das wäre auch noch so eine Honorable Mention, die ich hätte. Ja, da müssen wir glaube ich auf jeden Fall noch über einen Film sprechen, den wir ja beide nicht gesehen haben, aber der bei Büros immer genannt wird, ist nämlich Office Space aus den 90er Jahren, ist so eine kleine Komödie gewesen, die dann tatsächlich anfangs auch ein Flop gewesen ist und dann sich nach und nach und das ist irgendwie auch so einer der Bürofilme, die das gerade komödiantisch darstellen, diese ganze Verstrickungen zwischen Kollegen und dass es dann eben die Arschlöcher gibt, dann irgendwie die Leute, die irgendwie am Arbeiten und dann irgendwie mal eins auf den Deckel bekommen, die irgendwie gar nicht arbeiten und man sich fragt, was machen die eigentlich. Das soll also auch ein ganz toller Film sein, der für viele auch so ein Favorit ist, deswegen aber, das ist auch noch so ein Film, den habe ich leider tatsächlich auch noch nicht gesehen, den wollte ich auch, hatte ich irgendwie auch immer mal auf die Watchlist gelegt, habe ich es ja auch nicht gesehen, aber den muss man glaube ich fast erwähnen, weil der wird dann irgendwie auch immer genannt, wenn es um Bürosachen geht, deswegen das auf jeden Fall auch eine Empfehlung höchstwahrscheinlich und auch einer der so der prägnantesten Filme, glaube ich, die dann auch so das Büro Sachen mitgeprägt haben und so ein paar auch Schauspieler dann irgendwie, die man sonst immer nur Nebenrollen gespielt hat, auch da mal in den Vordergrund gestellt hat. Dann finde ich noch als Honorable Mention Monster AG. Ja, das stimmt. Auch erwähnenswert, weil das ja auch tatsächlich das Büroleben, gerade das Konkurrenzdenken, sehr schön darstellt, da es ja hier um Mike Sullivan geht als Super-Erschrecker, der dann Randall heißt er, glaube ich, der Lizard, der sich unsichtbar machen kann, der dann als Kontrahent, wenn die sich so gegenseitig dann darum kämpfen, wer dann das bessere Monster ist in dieser AG. Das zum einen, und ich finde auch ganz interessant, weil ich habe kurz mal geguckt, weißt du, ob die Monster AG, die ja Strom erzeugt für die Monsterwelt, ist das ein privates Unternehmen oder ein staatliches Unternehmen? Das Privatunternehmen, obwohl, ich weiß es nicht. Also es gibt tatsächlich auch Konkurrenzunternehmen, die irgendwann mal irgendeinen Fällen haben, die man entdeckt, ich habe mal kurz durch Wikipedia oder durch so ein Fan-Wiki gelesen, dass es auch Konkurrenzunternehmen zu Monster gegeben hat, aber ich finde es trotzdem ganz interessant, dass es hier Unternehmen dargestellt ist, die ja eigentlich, also eine Grundversorgung, machen, da eigentlich ein Staatsunternehmen sein müssten, aber hier auch privat handeln und deswegen vielleicht auch, weil der Chef ja auch als korrupt dargestellt wird, das heißt ja jetzt nicht, alle Staatsunternehmen sind immer nicht korrupt, aber zumindest auch immer hier schön dargestellt, wie so ein Unternehmen so groß wird, so riesig ist es ja eigentlich, die Monsterwelt kann nicht ohne die Monster AG leben und es gibt ja dann auch eine Fortsetzung, dann auch eine Monster-Uni, wo man direkt dann für die Monster AG ausgebildet wird, also auch schön gezeigt, wie dann irgendwie Staat und Privatwesen miteinander verwoben ist und was für eine Macht eigentlich dieses Unternehmen hat, finde ich auch mal so ganz, es ist zumindest nie im Film direkt, glaube ich, so erwähnt, aber zumindest so als, wie die Welt erschaffen ist, zeigt es auch ganz gut, wie so Unternehmen auch funktionieren und dann eben auch dann direkt die Leute, die in den Büros arbeiten, dann schon von Kindesbeinen oder dann später dann bei der Ausbildung oder in der Uni auch schon darauf vorbereitet werden, genau in so einem Büro hier zu arbeiten, was wir hier schon für alle, die per YouTube zugeschaltet haben, auch sehen, was wir im Hintergrund hier zeigen, ob man sehen kann, deswegen finde ich es auch. Und ein anderer Pixar-Film, der auch noch, glaube ich, einen Honorable Menschen verdienen könnte, die dann so gerade das Bürowesen so, dass Kollegen zusammenhalten, zusammenarbeiten, gegeneinander arbeiten, weil alles steht Kopf, ist ja auch dann so ein Film, wo dann das innere Leben, die Emotionen auf eine sehr büroartige Art und Weise dargestellt werden, dass quasi der eigene Kopf ist im Büro, wo verschiedene Leute zusammenarbeiten oder auch mal gegeneinander arbeiten. Ich habe auch noch zwei Honorable Mentions auf jeden Fall was Aktuelleres. Barbie haben wir ja auch beispielsweise in der Büroszene, da ist das Büro, die vermeintlichen Büros von Mattel wieder so als 90er-Jahre Schreckgespenst dargestellt. Und auch wieder einen Tisch mit sehr vielen Männern dran. Ja, genau. Das meine ich aber nicht. Ich meine einen, weil ich habe leider, ich habe ja noch nicht über ein Anime gesprochen, deswegen muss das sein. Ich spreche von Zombie 100 Bucket List of the Dead ist ein sehr, sehr lustiger Ende der Welt Anime, wo alle zu Zombies werden. Sehr humorvoll und der Hauptcharakter, der, also eigentlich ist es total geil, weil wir lernen ihn kennen, Akira Tendo, der gerade seinen ersten großen Job in einer, in seiner Wunschfirma sozusagen bekommt und ist total glücklich und wird am Anfang in den ersten fünf Minuten total gut aufgenommen und es sieht alles perfekt aus. Und dann kommt der Moment, wo er dann abends sogar eingeladen wird, nochmal mit den neuen Kolleginnen und Kollegen einen trinken zu gehen und dann sitzt, wie das in Japan üblich ist, nach dem Büro nochmal trinken gehen und er sagt schon, ach toll, dass das hier keine Ausbeuterfirma ist und so weiter. Und dann haben die sich ordentlich weggetrunken und dann sagen sie, so, jetzt geht's zurück ins Büro. Und dann geht sozusagen dieses Hamsterrad richtig los und wir sehen, wie er dann auch tagelang nicht mehr nach Hause kommt, genauso wie seine Kollegen, wenn die Leistung nicht gebracht wird, kommt er. Vorarbeiter in Japan gibt es ja sogar einen Begriff für Tod durch Arbeit, Karoshi. Und wir sehen sozusagen einen jungen, aufstrebenden Dude auf dem Weg direkt in Karoshi rein, bis die Zombie-Apokalypse anfängt. Oh, Glück hat nochmal. Und er wirklich, tatsächlich, und er sagt, was für ein Riesenglück habe ich, dass diese Zombie-Apokalypse losgeht, da konnte ich endlich mal wieder ausschlafen und dann macht er sich eben diese Bucket List of the Dead, Sachen, die er bevor er stirbt nochmal machen möchte. Und das macht er dann eben in dieser Zombie-Welt. Ich habe erst drei oder vier Folgen geguckt, deswegen kann ich noch kein Urteil fällen, aber das ist total lustig und humorvoll und eben das schlimme Büroleben als Ausgangspunkt. Und noch eine zweite amerikanische Serie, so ein bisschen als Blick zurück, aber worüber man vielleicht auch nicht, oder wo man auch nicht drum rumkommt, wenn man im Büro spricht, ist Madman von 2007, 60er Jahre Bürolandschaft in New York. Träumchen. Träumchen Agentur, Werbeagentur und das erste, was ist das erste, was man macht, was ist das erste, was du machst, wenn du ins Büro kommst? Whisky trinken natürlich. Na klar, logisch, man macht hier den Beistelltisch auf, die Karaffe, Glas, Whisky rein und Zigarette anzünden. Und das geht den ganzen Tag so weiter, mehr macht man im Büro eigentlich auch gar nicht. Das Madman, auch schönes Bild von Büro. Das stimmt, ja, auch eine sehr wichtige Serie, glaube ich, auf jeden Fall, die hatte ich auch tatsächlich auch noch nicht gesehen. Kann ich sehr empfehlen. Also hat mir damals, ich habe die 2015 geguckt oder so, hat mir sehr, sehr Spaß. Also war nicht wirklich sehr gut. Auch viele Staffeln geguckt. Sehr schön. Ja, damit sind wir am Ende von dieser Bürofolge. Es gibt noch viele, viele andere Filme. Weil es ist halt so ein, es ist halt wie das immer so ist, wenn etwas ein so groß verbindendes Massenphänomen ist wie Büroarbeit. Dass das dann natürlich auch in Kulturerzeugnissen, sage ich mal, eingehend betrachtet wird. Also wenn ihr noch was habt, was wir vergessen haben, dann schreibt es gerne. Wenn ihr noch so ein übergreifendes Thema habt, dann schreibt es uns auch gerne. Was ist heute nicht, gibt es unsere Rubrik Was gab es sonst noch? Was gab es sonst noch? Also News und so weiter, weil das ist eine Urlaubsfolge. Wenn ihr diese Folge frisch hört, haben wir die schon längst aufgenommen und ich bin wahrscheinlich gerade in Slowenien. Ja. Schön. Wenn alles klappt, hoffentlich. Wir klopfen auf Holz. Ich weiß nicht, ob das eher Presspappe ist. Ist das ja nicht trotzdem Holz? Obwohl, Presspappe ist dann Papier. Das ist Holz. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, wenn ihr bei YouTube zuguckt. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer frischen Folge. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Tschüss.